Das ist ein langes, überflüssiges Duell. Zieh deine Rüstung an. Entweder du kommst wieder auf unsere Seite oder du wählst den Weg des Krieges. Du hast dich für den Alpha-Clan entschieden! Heyo Leute, CrimeX hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur YouTuber-Insel, Leute. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind heute mal wieder hier in Paul Berger Hills am Start in unserer wunderschönen Luxus-Villa. Und heute ist natürlich mal wieder einiges geplant, Leute. Und zwar... Oh, ich werfe hier mein Schwert schon weg. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Und zwar, Leute, ich möchte heute mich mal wieder mit Flauschi treffen. Mit vielleicht bald unserer Freundin hier in Minecraft, Leute. Ich habe ja hier extra so Pfingstrosen angepflanzt. Wobei, warte mal, wir können die doch auch vermehren, oder? Mit Knochenmehl kann man die doch vermehren, wenn die da so stehen. Leute, oder warte mal. Flauschi schreibt doch gerade in den Chat Neueröffnung Tierladen. Oh mein Gott, da muss ich sofort hin. Da muss ich hin. Zu Flauschis Neueröffnung zu ihrem Tierladen. Wenn ich da komme mit ihren Lieblingsblumen, dann haben wir, glaube ich, richtig gute Chancen, Leute. So, warte mal. Wir müssen uns hier nämlich einmal Knochenmehl schnappen. So, das nehmen wir hier mal raus. Zack, zack, zack. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Sie macht eine Eröffnung von ihrem Tierladen. Und ich wette, dass da Candy auch wieder da sein wird. Der will sie ja auch die ganze Zeit haben. Der lässt sie ja überhaupt nicht locker. Wollt ihr, dass wir wieder auf ein Date gehen mit Flauschi? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare rein. So, warte jetzt hier erstmal Trick 17, damit wir ihr Blumen schenken können. Ja. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, das ist ein Unlimited-Glitch. Da kriegen wir richtig viele Rosen. Pfingstrosen. Okay, das sind ihre Lieblingsblumen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir flitzen jetzt direkt mal los rüber zur Krümelküste. Weil da eröffnet Flauschi ihren neuen Tierladen. Und wenn ich da zur Eröffnung direkt da sein werde, ein paar Blumen schenke, vielleicht da noch ein bisschen Geld da lasse, Leute. Da machen wir uns bestimmt richtig beliebt bei ihr. Let's go. So. Ey, Candy, was machst du denn hier? Raus mit dem Worden, der Worden muss gehen. Ich protestiere gegen den Worden. Hä? Raus aus der Stadt. Ey, das ist mein Strandhaus. Raus mit dem Worden, der Worden muss gehen. Raus mit dem Worden. Was? Äh, Candy, das ist mein Strandhaus hier. Ich protestiere gegen den Worden. Ähm, weißt du, wo die neue Tierhandlung von Flauschi ist? Ja, weiß ich, wo die ist. Natürlich im Gewerbegebiet. Kannst du mir die zeigen? Im Gewerbegebiet. Okay. Du willst, warte mal. Nee, nee, du willst mich nur von meiner Protestierung hier abhalten. Nein, protestiere weiter, mich juckt das nicht. Ich will mich mit Flauschi treffen. Ich zeige dir jetzt den Tierladen. Ich will ja auch zur Neueröffnung. Ich will mir nämlich ein Tier holen. Boah, ich wusste, dass du da hängst. Dann will ich mir ein Tier holen. Bei deiner Freundin, das ist meine Freundin. Deine Freundin, das ist meine Freundin. Ich wusste, dass du wieder da sein wirst, um mal auf Flauschi mir zu klauen. Ja, und ich wusste dasselbe von dir auch. Na, komm mal mit. Wir werden sehen. Hey, Leute, war klar, dass Candy wieder da sein wird. So, wir landen hier auf dem Restaurant von Scooby. Hier ist also die neue Tierhandlung, oder was? Da, wo die Tatze ist. So kann man kaum verfehlen. Sieht sogar sehr gut aus. Sieht echt richtig gut aus. Na gut. Gut gemacht. Ich werde da jetzt mal hingehen. Ach, und guck mal, was Flauschi mitgebracht hat. Nämlich ihre Lieblingsbrühe. Pinkstrosen. Hey, ich auch. Ich habe auch eine Pinkstrose dabei. Du hast die hier gerade abgebaut. Hey, aber aufmachen, Flauschi. Die Eröffnung ist seit fünf Minuten in Gange. Mach auf. Zum Strandhaus. PS Alpha Clan steht da. Warte mal. Wir sind hier haben. Flauschi. 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 Aufmachen. Wir müssen die Tür eintreten. Dreht die Tür ein. Hä, Flauschi? Hä? Ist das irgendwie ein Prank? Wir haben alle gelacht. Die Tür ist sogar offen. Also erstmal, die Tierhandlung sieht extrem cool aus. Hier gibt es Katzen und sowas zu kaufen. Und Hunde. Papageien, Hunde, Katzen, alles. Aber Flauschi, komm raus jetzt. Keine Zeit. Ey, äh, Candy, Candy. Was? Ich glaube, Flauschi wurde vielleicht vom Alpha Clan entführt. Hä, was? Was? Nein, niemals. Guck doch mal, guck doch mal, was da steht. Das ist ihre Neueröffnung. Die müsste safe hier sein. Und sie ist aber nicht. Hier unten steht ein Schild. Komm zum Strandhaus. PS, Alpha Clan. PS, Alpha Clan? Wieso PS? Das hat nichts mit PS zu tun. Aber ja. Das schreibt man doch so, dass der Alpha Clan das hier geschrieben hat. Nee, PS ist noch eine Anmerkung. Ist ja egal. Komm, wir gehen zu deinem Strandhaus. Da muss ja irgendwas sein. Aber warte, warte. Ja. Nachher will uns nur jemand weglocken. Wir müssen erstmal gucken, ob sie wirklich nicht hier ist. Flauschi, hallo? Nein, warum sollte uns denn hier jemand weglocken wollen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das alles nicht. Also ich sage... Flauschi! Ich sage dir ehrlich, ich werde jetzt nach Flauschi gucken gehen. Okay, wir gehen zum Strandhaus. Ja, dann komm du mit, ja. Ey Leute, irgendwas... Okay. Irgendwas ist hier komisch, weil es ist die Neueröffnung von Flauschis Tier... Hallo, flieg mal los. Es ist die Neueröffnung von Flauschis Tierhandlung. Und sie ist nicht down. Da steht irgendwas mit Alpha Clan. Und ihr wisst, der Alpha Clan ist nie irgendwas Gutes. Okay, warte mal. Wir gehen hier mal rein. Ich muss also unbedingt mal renovieren. Warte mal, der steht nochmal schilder. Oh mein Gott. Flauschi Town steht im Schutz vom Alpha Clan. Ey, das kann man ja kaum lesen hier. Warum geht das nicht? Ich brauche weiße Farbe dafür. Du hast Farbe, du hast Knochen mit in den anderen. Ja, ist ja gut. So, warte mal. So, jetzt. Flauschi Town steht im Schutz vom Alpha Clan. Sollten die Banner abgebaut werden, sehen wir das als Angriff. Und ihr unterschreibt somit die Kriegserklärung. Ach, das ist Alpha Clan hier. Ja, Alpha Clan. Schmutzklar. Das war der Alpha Clan. Weg damit. Aber warum sollen wir jetzt zum Strandhaus gehen? Flauschi. Warte mal, ich stehe schon da. Da wollte ich natürlich direkt eingeschränken. Ach so. Das war von Enkel. Ich baue das mal bitte. Ey, ich baue das hier mal weg. Ich drehe hier durch. Ich kann die Geräusche echt mal weg. Bau mal das Zeug hier alles weg kurz, Candy. Das ist richtig gruselig hier, diese Geräusche. Ich habe Angst, dass der spawnt. Nein, der spawnt nicht. So. Okay. Flauschi. Flauschi, hallo. Wo bist du? Leute, wo ist sie denn? Das kann doch gar nicht sein. PS kommt zum Strandhaus Alpha Clan. Irgendwas hier oben vielleicht im Schlafzimmer? Ist auch nichts. Warte mal. Hey. Leute, ich weiß was. Candy, ich glaube, du musst jetzt gehen. Was? Ich glaube, Flauschi erwartet mich in dem romantischen Keller, den ich für sie gebaut habe. Was? Ohne mich? Und du gehörst nicht dazu. Alter, Max, Junge. Das werde ich dir nie verzeihen. Nein, Spaß. Komm mit. Ruf mich nicht, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du willst, komm mit. Okay. Wir müssen, wir müssen, es geht jetzt hier nicht um den, um den Kampf zwischen uns. Es geht hier um Flauschi. Es geht um Flauschi. Da müssen wir zusammenarbeiten. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Wo ist sie denn? Hä? Hä? Wo soll die denn sein? Keine Ahnung, das war ein Prank von Anfang an. Das war ein Prank, sag ich dir echt. Das war's, Mann. Hä? Es ist vorbei. Flauschi. Lass mich in Ruhe. Ich höre Flauschi. Es ist vorbei. Aber wo? Das kommt von oben. Das kommt von oben. Komm her. Aua. Sie sagt Aua. Höh? Manu. Höh, was ist denn hier los? Max. Candy. Flauschi? Bewegt euch lieber nicht, Mann. Bewegt euch lieber nicht. Max, bleib stehen. Bleib stehen. Nein, ich bin nicht lustig. Wir sind der Alpha-Klan. Ey, Russik, bist du wieder dem Alpha-Klan beigetreten? Wir sind der Alpha-Klan und den Typen alle übertreibt, Mann. Es hat alles keinen Sinn mehr hier. Was heißt hier, wir übertreiben? Alpha-Klan übernimmt die Führung über Flauschi-Town. Was? Alter, lass Flauschi in Ruhe. Lass Flauschi mit mir mitkommen. Und wenn ihr irgendetwas macht, dann werde ich leider noch schlimmere Sachen mit euch anstellen. Warum könnt ihr nur alles kaputt machen? Es wird nichts kaputt gehen. Nein, ich und Flauschi gehen einfach nur weg. Und ihr könnt niemanden sagen. Warum willst du denn Flauschi entführen? Was wollt ihr von ihr? Wir wollen die Führung über die Flauschi-Towns hier. Der Alpha-Klan regiert jetzt hier. Alter. Nur über meine Leiche. Max, mach irgendwas. Hey, bewegt dich keins. Ah, okay, okay, ich komme nicht näher. Max, Vorsicht, Max, Vorsicht. Hey, Leute, der Typ hat hier überall TNT platziert. Geht lieber wieder in den Keller. Nein, Flauschi. Geht runter in den Keller. Flauschi, geht's dir gut? Flauschi, kommst du mit mir? Oh, nein. Wir müssen Flauschi auf jeden Fall retten. Hier, ein Steak. Lass Flauschi in Ruhe. Geh runter. Was willst du? Ich kann dir Diamanten anbieten. Nein, das ist viel mehr als das. Es sind gebrochene Herzen und Widerstand gegen den Alpha-Klan. Oh, ich baue mich unter den durch. Hey. So. Oh, das war ja ein toller Plan, Kämpfens. Okay. Alpha-Klan, ihr habt's übertrieben. Jetzt wird gekämpft. Ihr habt's übertrieben. Jetzt wird gekämpft. Hey. Ich werde nicht in den Keller gehen. Flauschi, renn aus dem Hintergrund. Dein Gang raus. Ich werde dich schnappen. Oh. Oh, mein Gott. Komm her, komm her, komm her. Oh, nein, nein, nein. Voll geschlagen, voll geschlagen. Alles ist kaputt. Oh, Mann, dieser verdammte Alpha-Klan. Oh, Mann, ey. Wir werden ihn niemals kriegen. Hä? Warte mal. Hilfe, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ihn erledigt. Aber mein ganzes Strandhaus wurde zerstört. Nein. Schöner Strandhaus. Flauschi, Flauschi, geht's dir so weit gut? Ja, der hat mich einfach mitgenommen. Ich wollte euch doch meinen neuen Laden zeigen. Ja, der sieht doch echt gut aus. Oh, mein Gott. Okay, weißt du was, Flauschi? Die Dinge haben sich geändert. Der Alpha-Klan hat es auf dich abgesehen, weil du hier die Anführerin der Stadt bist. Du stehst ab sofort unter unserem Schutz. Oh, ha. Wir werden dich beschützen. Oh, ha. Okay, komm mit. Du musst hier erst mal von der Straße runter. Wir wissen nicht, wann die als nächstes zuschlagen werden. Ich darf da wiederkommen. Komm, komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen dich erst mal an einen sicheren Ort bringen. Was ist der sicherste Ort hier? Sicherste Ort? Ähm, 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 ähm. Flauschi, sag du. Ich kenne mich in Weihnachten nicht so aus. Hier gibt es keine sicheren Orte. Das einzige sichere Plätzchen hier ist der Kekst, den Flauschi backt. Okay, wenn nicht, dann bringen wir dich ins Hotel. Ins Hills Hotel. Oh, ha. Okay, komm mit. Ja, okay, ins Hills Hotel. Hast du deine Elytra? Ich habe keine Raketen. Oh, okay, warte. Hier, ich gebe dir welche. Hier. Wir bringen dich ins Hills Hotel. In meinem Hotel bist du in Sicherheit. Okay, Candy, du kommst mit. Wir müssen Flauschi beschützen. Let's go. Okay, Leute. Ich hoffe, Flauschi ist gut zu meinem Hotel gekommen. Wir müssen sie auf jeden Fall beschützen. Der Alpha-Clan macht ernst. Komm, Flauschi, bring sie sich an. Äh, alles gut. Ah, nee, 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 nee. Okay, okay. Alles gut. Oh, Mann, ey, Max, Alter. Pass auf. Ich werde Flauschi jetzt hier in die Präsidentensuite unterbringen. Du bewachst hier das Dach und passt hier oben auf, okay? Okay. Ich bin direkt drin bei Flauschi und werde sie beschützen. Pass gut auf. Ich bin auf dem Dach. Okay, der... Oh, oh, warte. Russik schreibt was in den Chat. Russik schreibt schon. Russik schreibt. Der Alpha-Clan darf Flauschi nicht bekommen, weil dann wird Krümel, die Krümelküste fallen. Max, der Alpha-Clan wird kommen. Du hast dich mit dir falsch nachgelegt. Der Alpha-Clan wird dich platt machen. Flauschi, Flauschi, komm, komm schnell, komm schnell. Wir werden dich in die Präsidentensuite bringen. Du bleibst hier drin, du bleibst hier drin. Hier bist du beschützt. Okay. Okay. Wollen wir die Fenster irgendwie zumachen? Ja, wir werden die Fenster verbarrikadieren. Das ist eine gute Idee. So. Ich gehe zu Flauschi, ich gehe zu Flauschi. Ich beschütze hier drin, Max. Ich habe alles im Griff. Okay, ich werde die Fenster hier zumachen. Sehr gut, sehr gut. Hier kommt niemand so einfach rein. Wenn was ist, schrei einfach. Ich werde draußen das Hotel beschützen. Okay, sehr gut. Hast du noch was zu essen, Flauschi? Geht es hier gut soweit? Ja, ich habe Kekse, danke. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber wenn nicht, bedient euch bei der Minibar. Okay. Okay, Max, ich passe auf hier. Ja, ja, ja. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf dem Dach. Wir schauen jetzt mal, ob hier irgendwas passiert. Äh, Flauschi, ist bei dir da unten alles gut? Ja, alles gut. Okay, sehr gut. Ich höre sie hier sogar durchs Dach. Hier kann ich auch durch die Fenster gucken. So weit läuft hier alles. Okay, ich habe da vorne gerade jemanden fliegen sehen. Weiß aber nicht, ob das hier... Äh, obwohl, Hilfe! Hä? Flauschi! Flauschi! Warte, 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 warte. Was war das? Warum hat sie geschrien? Hä? Ist ja alles gut bei dir, Flauschi. Passt lieber auf euch auf. Hä? Hä? Max, Mann, ey, er hat mich gezwungen, hier Kostüme anzuziehen. Hä? Kendi, das bist du? Flauschi ist weg! Oh nein! Hä? Kendi, warum sagst du denn nicht Bescheid? Rutschik hat mich gezwungen, ich sollte hier Ausfüter anziehen. Oh mein Gott. Ich konnte nichts machen, er kam mit TNT, Schwert an Bogen, äh, äh, drei Zack, alles. Okay, was hat er gesagt? Weißt du, wo er sie hinbringen will? Ich weiß es nicht, er ist auf jeden Fall die Richtung an der Dose vorbeigeflogen. Okay, dann zieh du dich erstmal wieder um, ich werde direkt zur Alpha Clan Base fliegen. Flauschi wurde entführt, jetzt ist sie wirklich weg, Mann! Ja, ich muss mich um sie kümmern, ich werde sie retten. Flauschi, ich werde dich retten! Okay, Leute, es kann nur einen Weg geben. Ich glaube, ich kenne nur die Alpha Clan Base, wo sie sie hingebracht haben können. Wir landen hier mal ganz kurz hier oben bei dem Chat. Hä? Leute, Rutschik schreibt doch gerade was im Chat, ha, ha, ha. Hast du nicht aufgepasst? Ja, Candy sollte aufpassen, Mann! Okay, Leute, mir reicht's jetzt, mir reicht's. Ich werde Flauschi jetzt höchstpersönlich retten. Ist mir egal, Leute. Ich weiß, wo die Alpha Clan Base ist. Wir fliegen da jetzt mal rüber. Das war irgendwo hier seitlich der YouTube-Insel. Äh, so. Irgendwo hier muss das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das war irgendwie von der Netherite Guardsburg, gar nicht so weit entfernt. Alpha Clan. Ja, euch wird das Lachen noch vergehen. So, warte mal. Ich schreib mal ganz kurz was in den Chat. So, Leute, wir werden kommen. Ich werde mir die schnappen. Okay, das muss irgendwo hier hinten sein. Ja, okay, da ist dieses Riesen-A. Da ist das Riesen-A. Wir müssen uns jetzt einen Plan überlegen. Ich vermute mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Aber ich vermute, dass die Flauschi hier in die Alpha Clan Base reingebracht haben. Lofti schreibt auch in den Chat, Alpha Clan. Hat Lofti... Macht der da jetzt auch noch gemeinsame Sachen mit denen? Ich bin einfach alleine. Die sind viel mehr als ich. Wie soll ich Flauschi da rausretten? Wir müssen uns einen richtig guten Plan überlegen, um da rein zu pushen. Okay, Leute, was könnte die Schwachstelle sein? Flauschi flüstert Hilfe, Max. Ich kann dir die Koordinaten schicken, wo ich bin. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, schreib mal. Das ist sehr gut. Bin bei dem großen A. Bin bei dem großen A. Ist das richtig, Flauschi? Ich werde dich da rausholen. Leute, die haben einfach unsere Freundinnen entführt. Ich schaff das nicht. Bitte beeil dich. 396. Okay, das muss da... Ich vermute mal, das ist da. Okay, Leute, wir sind ready. Ich habe TNT dabei. Wir haben alles dabei. Ich muss ein Ablenkungsmanöver machen. Wasser, Essen, Trank der Stärke. Okay, wir sind ausgerüstet. Ich bin absolut ready. Wir machen noch Trank der Stärke rein. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr krass werden gleich. Okay, dann let's go, Leute. Wir gehen hin. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Oh, das sehe ich schon. Jemanden bewegen. Das sehe ich schon. Jemanden bewegen. Ich habe auch Flauschi gesehen. Ich glaube, die haben mich auch gerade gesehen. Okay, wir müssen jetzt hier einbrechen. Warte. Wir müssen übernehmen. Ich höre da was. Hilfe. Ich höre... Ich höre die da reden, Leute. Wir übernehmen die Flauschentown-Püste. Alpha-Monster-Dämonen. Okay, wir sind in der Wartung, Leute. Wir sind hier eingebrochen. Wir müssen Flauschentown übernehmen. Du wolltest es so. Wir haben jetzt Siegel. Was machen wir jetzt? Ich werde der neue Bürgermeister. Die sind da unten. Alpha-Con. Alpha-Con. Wer ist das denn? Okay. Hilfe. Wer ist das mit diesen Dumpenzen? Wir werden Flauschi zu einem Kabelstown-Püste. Ich werde Flauschi retten. Wann beginnt die Zeremonie? Jetzt. Jetzt. Begibt die Zeremonie. Warte, wir müssen sie da rausholen. Was für eine Zeremonie? Was machen die mit meiner Freundin? Aua. Wir müssen sie da rausholen. Kabelstown. Nein. Ich werde Kabelstown werden. Wir müssen irgendwie warten, bis die sich vielleicht trennen. Dann können wir die nacheinander ausschalten. Kabelstown. Meister, du musst dich noch etwas für die Zeremonie bringen. Bringe mir eine rote Blume. Wir werden eine rote Blume, Meister. Halt von Gott. Oh mein Gott. Flauschi, du wirst in einer Zeremonie in einen Stein verwandelt. Nein, ich will das nicht. Russisch ist weg. Das ist der perfekte Zeitpunkt, dass es zuschlagen kann. Oh Mann. Stopp. Nein, niemand kann dir helfen. So, jetzt ist hier Schluss. Was? Dreh dich mal um, Junge. Dreh dich mal um. Oh, oh, ey. Hau ab. Lass meine Freundin in Ruhe. Nein. Was macht ihr hier mit ihr? Das werde ich dir sagen. Flauschi, stell dich hinter mich. Bleib hinter mir. Komm zu mir. Ich werde dir sagen, was wir machen. Dann erzähl mal. Komm hier genau zu mir. Ich glaube nicht, dass ich dem Vertrauen kann. Flauschi, bleib dir. Du unterbrichst die Zeremonie. Was ist los? Komm hier hin. Hier vorne, genau vor mir. Nein, du willst hier die Blöcke abbauen, dass ich hier runterfall. Alpha Clan Attacke. Okay, okay, ich ergebe mich. Bleib bitte. So, weißt du was? Ich möchte dich. Ich lösche dich sogar. Okay, okay. Weil ich will antworten. Ich will antworten. Ich sag dir alles, was du willst. Wer bist du? Ich bin das Alpha Monster. Das Alpha Monster. Was habt ihr vor? Warum greift ihr uns die ganze Zeit an? Wir wollen Flauschentown übernehmen. Das heißt Krümelküste. Wir wollen die Flauschentäste übernehmen. Aha, okay. Darauf könnt ihr lange warten. Und danach, Paul Berger-Ils, du kannst... Flauschi, hast du Raketen? Ja. Okay, auf mein Kommando springst du hier runter und wir fliegen los, okay? Okay. Nein, das macht ihr nicht. Doch. Weg mit dem TNT. Niemals. Okay, ey. Nein. Na, geh jetzt weg hier. Nein, ich werde mit meinem Leben dafür bezahlen, wenn es sein muss. Gut, dann Flauschi, wir hauen ab. Ja. So, und jetzt werde ich hier trotzdem noch ein bisschen TNT zünden. Ich lasse mich hier nicht pranken. So. Okay, Flauschi, los, weg hier. Bam, bam. Das machen wir mit dem Alpha-Clan. Okay, warte mal, was ist das hier noch für ein Haus? Ich glaube, das hier ist das Anführerhaus des Alpha-Clans. Hey. Russik. Mach das, du weg, komm. Ich habe das Alpha-Monster erledigt. Was hast du mit Alpha-Monster getan? Tja, den habe ich eliminiert. Und eure Base habe ich zerstört. Ich weiß gar nicht, was du jetzt damit hervorgerufen hast. Ihr wisst nicht, was ihr damit hervorgerufen habt mit eurer Reaktion. Nein, 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 nein. Wenn das Alpha-Monster stirbt. Oh mein Gott, wenn das wirklich passiert. Was ist dann? Wollt ihr dann die Stadt zerstören? Das wollt ihr doch sowieso schon. Das ist das Ende für alle. Flauschi, ich werde hier weitermachen. Hau du ab, hast du noch genug Raketen? Ja, okay. Und bleib in Sicherheit, ja? Okay, mach. Ich komme morgen zu dir, ciao. Okay, Russik. Weißt du was? Komm runter. Du verstehst das nicht. Das ist ein langes, überflüssiges Duell. Zieh deine Rüstung an. Wir werden das wie Männer klären. Wir werden das machen wie bei The Walls. Entweder du kommst wieder auf unsere Seite. Oder du wählst den Weg des Krieges. Wie konntest du das machen, Max? Ich dachte, wir wären Brüder. Du hast dich für den Alpha-Clown entschieden. Du hast mich getötet. Warum wollt ihr alles zerstören? Du kriegst mich nicht. Komm her. Ihr könnt nur abhauen, Alpha-Clan. Leute, wir müssen ihn schnappen. Wir müssen ihn schnappen. Ich werde dich ins Gefängnis bringen. Du wirst gar nichts verfallen. Jeder, der dem Alpha-Clan... Jetzt wieder abhauen, Mann. Ihr könnt nur abhauen. Jeder, der mit dem Alpha-Clan zu tun hat, Leute, ist jetzt unser Feind und bekommt die Gefängnisstrafe. So. Und wisst ihr was? Hier... Wobei, ich will nicht genauso sein wie der Alpha-Clan. Der Alpha-Clan wird das jetzt hier kaputt sprengen. Ich mache sowas nicht. So. Wir müssen uns auf jeden Fall gut vorbereiten. Es steht uns ein Krieg bevor gegen den Alpha-Clan, Leute. Jetzt wollten die schon unsere Freundin Flausch hier entführen. Die haben bei uns alles zerstört. Und jetzt auch noch das. Jetzt reicht's. Es reicht. Prostik. Prostik. Du musst hier weg. Sofort. Es kommt eine Armee auf dich zu. Ja, ich werde hier gleich weggehen. Aber richte eine Sache aus. An deinen Anführer Alpha-Stein. Wenn ihr noch einmal meine Freundin entführt, dann werde ich hier eure gesamte Organisation dem Erdboden gleich machen. Mach's mal. Merkt ihr einfach nur diese Worte. Mehr musst du dazu nicht sagen. Wie konntest du nur das machen? Ja. Wie konntest du nur? So. Okay, Leute. Wir haben Flauschi gerettet. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, es steht uns wirklich ein sehr, sehr großer Krieg bevor. Ja. Ihr habt's ja vielleicht neulich im Livestream schon gesehen. Alpha-Stein wollte Paul Berger Hills zerstören. Jetzt wollten die auch noch die Krümelküste übernehmen, Leute. Das sind einfach Unruhestifter. Jedes Mal wollen die alles kaputt machen. Touren schnell zu meinem Haus, schreibt Flauschi. Hä? Ich muss... Warte mal. Wenn Touren gerade auf der Insel ist, das muss ich Touren erzählen. Was der Alpha-Klang gerade alles macht. Es ist passiert, Max. Was ist passiert? Flauschis Haus wurde gesprengt von Snoopy. Ey, Mann! Von Snoopy. Ey. Ich werde langsam richtig sauer. Die können nur kaputt machen. Wir haben es heute erst wieder heil gemacht. Haben die das jetzt gerade zerstört? Gerade eben vor zwei, drei Minuten. Ey, ich werde echt langsam sauer. Ich werde richtig sauer. Die können nur kaputt machen. Das gibt es nicht. Touren ist da. Touren ist aufgauern. Touren! Naaaaaah! Was gibt's? Ey, Touren! Ah. Bro, es gibt Probleme. Ich weiß, ich habe das einfach klein weghauen. Ich glaube nicht, dass du die ganz weghauen hast. Ne, ich habe nur glatt... Die sind wie Ungeziefer. Wenn du eins wegmachst, kommen 100 neue. Ja, ich weiß, aber ich habe... Ja, die wollten jetzt plängen alles. Ja, die sind... Ey, ich habe gerade Flauschi gerettet. Die haben Flauschi entführt. Ja, ist so. Das wusste ich nicht. Das sind richtig irgendeine Lose. Ich kann nur helfen, wenn die auf der Insel hier sind. Ich habe meine... Ich habe meine Sonne hier verteilt. Wenn eine hier in der Insel ärgermache, ich komme sofort zu dem. Ah, okay. Also du kannst... Geh mal auf andere Seite. Und... Platz die mal AT&T. Guck, was passieren. Wie auf andere Seite. Geh mal auf eurem Haus. Geh mal Klanghaus. Platz hier ein AT&T. Was dann passiert. Guck mal. Auf dem Krankenhaus TNT platzieren. Ja, okay. Und jetzt? Hey! Oha! Ja, ich habe gesagt. Guck. Alter, okay. Du kannst dich direkt zu dem TNT teleportieren. Ja, lässt sich Sonnenergie benutzen. Aber das funktioniert nur hier an der Krümelküste. Ich habe gesagt, guck mal. Die zwei Arme, die Königkeitschütze, Max. Ja. Bleib ich da, komm. Ich mach Besüttze. Guck mal, ich habe sogar so Dings gemacht. Wandel. Ja, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Aber ich sage dir ehrlich, wir müssen irgendwas gegen den Alpha-Clan unternehmen. Wenn das so weitergeht, dann werden die hier alles zerstören. Ich kann mich nicht ein bisschen, ich bin zu stark. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Du legst mit den anderen Jungs zusammen. Ich habe mitbekommen, Arme oder Erweif mache auch was gegen die Glade. Ja, ich werde mal mit den Jungs quatschen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Esju noch und den Lotus-Clan dazu hole. Wer weiß, vielleicht sind wir auch wieder da. Ja. Na gut, okay, Turan. Dann mach's gut, ja. Keine Sorgen, ich besüttze hier alles. Das ist gut. Hauptsache, die Stadt wird beschützt. Richtig. Und Regel Nummer 1. Niemals mit Turan und ein Kleinwächs anlegen. Genau, ich glaube, das hat der Alpha-Clan vergessen. Okay, Turan, dann mach's gut. Mach mich stolz, süß, Max. Okay, Leute. Das war's gewesen von der heutigen Folge. Der Alpha-Clan ist auf jeden Fall zurück. Sie wollten unsere Freundin entführen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was sollen wir gegen den Alpha-Clan machen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crime Extreme. Outro Outro Outro